Tag Freunde, mal wieder da. Naja. Hi! Hier ist wieder der... Ähm, scheiße, Zungenbrecher. Irgendwie habe ich es heute nicht mit dem Namen. Ninja. Ja, heute ist wieder mal Ninja mit am Start, genauso wie gestern. Vor circa 2-3 Folgen habe ich gesagt, Geht ein bisschen weiter. Ja, Ninja. Ich habe vor circa 2-3 Folgen gesagt, dass wir versuchen, weil ich habe einen Krater durch den Creeper gesprengt, dass wir diesen Krater ausbauen und zu meinem Haus hinzufügen. Das habe ich gestern noch gemacht. Und dazu, ich habe jetzt eine Diamantstuhlzeit gefeiert auf Effizienz 2. Und jede Menge Emeralds. Und zwar nur durch meinen Bauern. Ich habe jetzt auch 2 Zombies gekillt. Oh, das waren schon mehr Zombies. Auf jeden Fall habe ich durch beide jetzt eine Karotte. Mein kleiner Kommentar zu finde ich, wie kann ein Bauer, der auf einer Glocke steht, den Emeralds geben, obwohl er gefangen ist. Warte mal. Hörst du das? Ja. Hallo. Die Tür ist zu. Wow. Ja, ich denke, wie das auch alle. Mein guter altes Stormsword. Nein, das ist an der Tür. Der ist gerade an der Tür. Tür. Was kann ich an der Tür sagen? Ich war doch nicht eben da. Nichts. Also, jetzt zeige ich euch, was ich vorhin meinte. Wenn er gleich hinter den Zombies ist, dann war es vorhin. Diese 3 Optionen. Hörzen, Kartoffeln und Pfeifen. Habe ich hier auch vorhin gebrochen, einer speziellen Fakka. Und habe dadurch richtig viele Emeralds. Dazu, ich bin jetzt auch noch ein Stück tiefer gegangen. Und wir haben alle von euch, dass sie sich jetzt sieht. Boom. Verzauberungsecke. Bis Level 30. Alles hört sich an, als hätte ich hier ein Zombie. Das ist doch vor allem. Das ist doch nicht so mega. Jetzt essen wir es nicht. Und gehen nach dem Schlag. Lass mich das Ungeklopfe weiter. Das heißt, wir haben eine interessante Nacht. Unterklagenhimmel ohne Schlaf. Ist ja nichts für dich. Ich würde noch probieren. Ich habe mir mit dem Ninja Ghost zusammen Gedanken gemacht, dass wir mal ein Video machen. Komplett. Nur wegen, also mit Lucky Blocks. Das ist wirklich nur das Lucky Block Tutorial machen. Was man da alles rausbekommt. Wie man die Sachen auch bekommen kann. Oder einfach ein paar Tüten. Ja, das ist ja eigentlich der Hauptbestandteil dieser Lucky Block Sache. Also, dann packe ich jetzt mal eigentlich alles in die Kisten. Und so weiter. das ist auch. So, das ist auch. Die zwei Mal auf. Ja, das ist auch cool. Ja, das ist auch cool. Ja, das ist auch cool. Und weil das Tag wird, Jetzt steht sicher ein Skelett. Wetten? Wetten nehmen? Komm mal die Tür auf und gehen mal nach draußen. Da ist ein Skelett. Da läuft ein Skelett. Ne, das ist eine Kuh. Naja, wie kann man das auch sagen? Komm mal über dich. Jetzt kommt das im Spiel herunter. Das wäre schön zum Ärgern. Da drunter? Unter diesem Cobblestone? Das wüsstest du dir ein, oder? Mach mal. Mach mal alles unter. Aber dann kommst du unten raus. Genau. So, mal gucken wir uns jetzt vielleicht für ein zweites Bett über das Positionieren. Keine dort. Irgendwo, warum? Warte. Kannst du mal irgendwo wahllos eine Tür platzieren? Ja. Ohne Scheiß? Ja. 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 Ich weiß, wie es die ganze Zeit ist. Ja, ich komm zu uns, Gliede. Das wär schön. Lieb so auf dir. und leute bevor ich weitermache ich habe angefangen mit einer meiner hier kommt ein dorfbewohner ein der extra auf das ernten spezialisiert ist also ein bauer wenn er dann die sachen hat schweißer die einfach hier gegen will er die sachen einfach diesen dorfbewohner und schmeißt die sachen einfach runter und habe jetzt dann alles vom hopper aufgesammelt na gut die konstruktion muss ich auch noch ein bisschen überarbeiten das ist mein ernst leute wenn ihr eine idee habt dass ich es noch machen könnte speziell dass ich es irgendwie abgehöhlen könnte wenn die idee jetzt noch mehr als überarbeitungsfähig ist schreibt es mir in die kommentare ich habe mal übrigens wie ihr ja vorhin gemerkt habt auch oft und habe auch holz und so weiter abgebaut weil ich dann die kohle wollte ist jetzt aber auch es wird gerade einmal gestoppt kamen gerade ungebetene gäste rein und zwar wirklich ungebetene Feuerforscher jeder kennt sie jeder kennt sie ob in der schule oder bei der hause jeder kennt sie übrigens ninja hast du ja eigentlich selber einen kanal du hast doch irgendwann mal was gesagt ist ich bin nicht sichtbar für die anderen stimmt ne selbst wenn man nicht sichtbar ist kann man gefunden werden man kann gefunden werden als beispiel wenn man einen kommentar schreibt oder einfach nur nach denjenigen googelt man ist immer schon da ich bin nicht gemerkt dann kann ich später mal machen aber wenn du ein ordentliches gerät hast dann können wir ja zusammensiegelig machen ok ich spare einfach ein neues gerät ja aber wenn ihr das dann habt dann können wir zusammen hier die mods dann können wir speziell noch im modpack vergeben aber auf den multiplayer aufbauen dann theoretisch hätte ich hier jetzt noch die gravity mod einbauen können das wäre dann noch richtig mies gewesen so richtig mies bin ich das sind normale lucky blocken nö das nicht die gibt's nicht so nicht die gibt's nicht in minecraft eigentlich ne aber jetzt sehe ich dir was für eine sprengkraft ob so ein einziger lucky block hat oder haben keinen na gut das ist ja auch ein hardcore lucky block also wundert euch eigentlich nicht wir dürfen echt nur lucky blocken machen lucky blocken und 3 und 2 ey warte mal nein 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 3 2 1 1 und los ich hab grad irgendwie angst nach der explosion wow weißt du was mir letztens 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 5 4 5 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 6 6 6 6 5 5 6 10 5 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 6 6 6 6 6 6 7 8 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 12 15 15 15 16 15 15 15 16 16 Und schon wieder im Wasser. Oh scheiße, das wird nach. Beheilung, Beheilung. Mach schneller, Skinny. Ähm, guck mal nach links. Ich seh's, die Sonne geht unter. Nein, guck mal bitte nach links. Nein. Das ist rechts. Ja, aber ich will erst mal auf die Erde, damit ich schneller rennen kann. Da ist dunkel. Jetzt guck mal zur Seite. Ja, ich weiß, das ist Standard. Zum kleinen Video in Minecraft. Tja, so kann man auch schnell zusammen auskommen. Das nenn ich schnell zur Arbeit und zurück. Die Tür sollte man auch immer schließen, oder? Jetzt rennt's ein bisschen los. Das wär echt scheiße. Knapp, der Leben ist auch vorbei. Leute, also das mit dem, was ich ursprünglich geplant hatte, hat jetzt nicht zu 100% geklappt. Ich lösche mal schnell diesen Effekt. So, alles leeren. So, jetzt hab ich keinen Effekt mehr und bin nicht mehr so schnell wie Flash. Na gut, das war schon irgendwie cool, aber ich hab auch schon alles verfehlt. Fahre ich mal schnell was zu essen rein. Sind das nicht gerade wenig. Und dann sehen wir uns gleich bei den Pulvert haben. Der ist vielleicht Schluss, weil sonst wird uns alle heute zu spät noch. Mit wem macht du Schluss? Mit dem Video. Oder meinst du mit dir? Ich bin doch kein Mädchen. So, jetzt geht's weiter. Nach dem Katz. Und wir bauen direkt diesen Lucky Block. Wenn der mir jetzt auch um die Orden fliegt, kriege ich die Lucky vielleicht. Hey, ich denke. Du bist so. Was zu essen? So, der zweite Lucky Block von Fenn. Ihr müsst wissen, dass er nicht so Fisch, sondern fährt. Das war schon jetzt. Du bist so. Ha, ha. Manchmal hasse ich Lucky Blöcke. Öffne sie mal da, wenn du noch bist. Ach du Scheiße. Das war doch levy. Öffne sie mal da. Scheiße, wo... Ich weiß, wo ich bin. Wie will ich mich mal ein Bett umbauen? Jetzt kommt einer wirklich so, ob er die Linie hier sind. So, wenn man nicht so faul ist. Im Ernst, Ninja? Ach, jetzt ist er weg. Oh, Mann, oh, Mann. Dafür ist er noch zu schlecht. Oh, Mann. Hm. Feine. Lecker. Ich spreche jetzt lieber in die Luft, ne? Wenn ich Fächer habe, mach ich das sogar wirklich. Alter, hast du den Gast gesehen? Der Gast, der hat einfach gerade ins Wasser rein. Wieso musst du was auch immer mehr präsenten? Habe ich Fäile? Ne. Doch, zu weit. Dann komme ich nicht weit. Hoffentlich fliegen die jetzt gerade nicht in Richtung meines Zuhauses. Ich habe gerade schon gewundert, dass ich jetzt weiß es. Und als ich dann bemerkt habe, dass es zu Garten sind. Ich dachte, dass ich deine Frau bin. Ich habe gerade benachteiligt, dass mein Haus aus Holz ist. Echt? Schreibt bitte in die Kommentare. Hecht. Hecht. So, Ninja. In meine Richtung. Oha. Meine Diamantschuhe sind schon ziemlich aus. Du hast gar keine Diamantschuhe mehr. Doch, mein Texturnpaket. Das ist ein bisschen aus. Halt, deinem Ernst. Du meinst eine Kombination? Nein, ich fand ihn schwarz-rot. Ist ja richtig schön gemacht, aber... Oha. Oha. Das ist zu hoch. Das muss ich nicht so verstehen, oder? Hm. Das ist zum Beispiel... Der fliegt fliegt zu hoch für mich. Und das läuft. Ich kann jetzt wie... Ich habe die ganze Zeit gerade geschüßt, dass so ein Gas aufgetaucht und mich abknallt. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Das ist einfach so... Also... Nein, aber ich habe schon gut gekämpft, oder? Schreibt in die Kommentare, ob das jetzt irgendwie schon gut war. Und schreibt das aus dem Kommentar, ob der Kommentar daneben... Habe ich noch keine Eile? Wieso hatte ich einen Pufferfisch in der Hand? Das sind alle Kugelfisch. Ja, aber ich verwende hauptsächlich Englisch aus, ich weiß total bescheuert, aber der ist heute total nicht bescheuert. Wie? Aha. Was ist denn los? Hä? Wie geil! Du meinst, dass man hier... ...eine Pufferfisch aufwerfen kann? Weißt du was, ich wollte schon mal seine Arme anzupfen. Das ist doch alles heilig. Was weiß ich, was ich meine? Was ist das? Das ist doch alles heilig. Was ist das? Ich weiß auch, was ich meine? Was ist das? Das ist so, wenn ich Feuer will. Aber keine Gasträne. Oh doch, eine Gasträne. Wie viel Gasträne habe ich jetzt? Zwei Stück. Okay, das ist schon... Wenn ich jetzt noch eine Lohn hintergekomme, dann ist das schon gut, oder? Komm, jetzt müssen wir noch ein paar Lucky Blocke entnehmen. Ich muss jetzt noch drei Stück. Wünschen wir bitte alle Glück. Nein, zwei. Ne, drei. Stimmt, zwei nur. Das ist ein guter Lucky. Jetzt kommt ein scheiß Lucky Blocke entnehmen. Nein, bitte nicht. Wir sitzen nicht. Ne, ne. Also, ich sehe nicht. Oh, du! Geh mal unter Wasser. Kannst du unter Wasser außen rennen? Ne. Ich glaube, ihr... Wenn ich jetzt eine Elytra hätte, das ist ja praktisch. Ich bin jetzt in meiner Produktionkids in Ihnen, counter hvis they can beat down. Fake Blocks.. Kennst du das, wenn des irgendwie so ein bisschen Milchchen auf deinem Auge ist? kad um ... Оч .. Private Dunkel ... Freiheit beim Unlluk Griff ... dert te! Vita Breed ... Bare Essen ... warte mal bist du bekloppt ja musst du ja nein das mach ich nicht sei leise ninja ich weiß was du machen kannst ich auch das war jetzt irgendwie so ich sollte auch 3 machen ich hab ne Idee ich hab auch eine Gen Destroyer Block Breaker scheiße der soll diesen Block zählen der soll diesen Block zählen baut ah ah du hast das ganze wie den Kackblatt alter hier oben jetzt sind sie richtig rum jetzt wollen wir uns ein Redstone Torch Wenn ich diese Torche, ist eine... Das wurde knöppig knöppig. Was ist so ein Redstone? Hm, da war kein Redstone. Hm, da ist unten. Ja! Läuft! Da ist gleich ein Blau angeflogen. Da muss ich noch schlafen. Nur ruhig. Ich kann nicht mehr passieren. Das war keine Monster. Ich will den Stream noch bringen. Warum komme ich immer aufs Stream? Keine Ahnung, was ist das? Aber ich habe den Verborgenen. Ich will nicht arbeiten. Ja, dann ist es schlecht, wenn ich hier bin. Eigentlich willst du mich ja dann nicht alleine reinhaben, weil ich hier einen Augenblick umbringen könnte. Das ist mein Problem. Boah, jetzt fühl ich mich beleidigt. Jetzt fühl ich mich Lucky Vlog Hardcore beleidigt. ahhh. 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 Ist doch egal. Ahhh. 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 Alles hat ein Ende, nur die Wurzheit dran. Nicht ehrlich, ich finde gerade selber den schönen Satz. Es gibt Sachen, die haben einfach keinen Sinn, wie ich. Ich weiß, dass ich mich gerade selber gedisst habe. Scheiß drauf, nicht wortwörtlich. Warum muss gerade mal jemand eine Schussladung entladen? Hinten rechts die Tür. Okay, Spaß beiseite hoch. Wird schon wieder gut. Okay. Ich habe gerade meine Hose runtergezogen. Ganz sicher. Ganz sicher. Ist dir gerade ein Zahn abgebrochen? Muss ich nicht wehtun? Oh. Leute. Schreibt bitte in die Kommentare. Hashtag eklig. Schreibt bitte in die Kommentare. Hashtag fail. Weil ich meine, mein Zahn ist nicht abgebrochen. Alter, willst du mich beherrschen? Das war mein Zahn. Das war mein Zahn. Nein, da war ein Lutscher. Okay, Leute. Jetzt beenden wir mal lieber das Video. Sonst... Willst du ihn noch zu pervers? Es ist schon ein bisschen spät. Wir kommen schon in tiefere Gedankenzüge. Halt die Maul. Man merkt, ich soll schlank auf meinen Pen. Nacht? Schon seit zwei Nächte wach. Okay, ich sag dann mal, bis morgen Abend um ca. 20 Uhr kommt ein kleiner Stream. Und ich bin auch wieder dabei. Wahrscheinlich. Wünscht mir Glück. Obwohl, ne. Stimmt ja. Stimmt nicht. Stimmt, du bist nicht da. Ich sag mal, tschüss. Bis morgen. Mal ohne den Ninja. Sondern nur alleine mit mir. Und bis dann. Sicherer radios andere deutschen зайerlich abgde. Erlaub es nun zur継 Vadim. Nun, Verwaged. Vielen Dank.